Nummer 5 Dies ist ein kostengünstiger Ethernet-Switch, mit dem Sie bis zu 8 Kabelgebundäne Geräte an Ihr Ethernet-Netzwerk anschließen können. Er verfügt über 8 Gigabit-Speed-Ports und Full-Duplex. Es ist keine Konfiguration erforderlich, einfach einstecken und loslegen, und schon ist es einsatzbereit. Er enthält LED-Anzeigen für den Verbindungsstatus und die Aktivität an jedem der Anschlüsse. Nicht angeschlossene Ports werden automatisch abgeschaltet und die Kabellänge wird gemessen, um den Stromverbrauch anzupassen, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 85% erzielt werden. Da er keinen Lüfter besitzt, ist er im Betrieb völlig geräuschlos. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Es handelt sich um ein sehr praktisches Modell mit insgesamt 8 Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Ports, die eine schnelle Übertragung von großen Dateien gewährleisten. Er verfügt über ein Auto-Negotiation-System, unterstützt den Duplex-Modus und hat ein sehr kompaktes Design, sodass er nicht zu viel Platz einnimmt. Er arbeitet mit Plug-and-Play-Technologie, was bedeutet, dass keine Installation oder Konfiguration erforderlich ist. Er arbeitet sehr leise und lüfterlos, wodurch er sich für jede Umgebung eignet, und hat ein sehr robustes Stahlgehäuse. Nr. 3 Dies ist ein sehr praktisches Modell, da es sich um einen Heimnetzwerkhub mit Plug-and-Play-Betrieb handelt. Er hat ein Metallgehäuse ohne Lüfter und lässt sich leicht auf einem Schreibtisch oder an der Wand montieren. Er verfügt über 5 Gigabit-Ports, um die höchstmögliche Geschwindigkeit zu gewährleisten. Es ist keine Softwareinstallation oder Konfiguration erforderlich. Er ist sehr ruhig. Das Modell ist so kompakt, dass es überall aufgestellt werden kann, und es muss nichts konfiguriert werden, damit er funktioniert. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nr. 2 Er bietet 8 Anschlüsse, um Ihre Geräte mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Er verfügt über Costboards, die eine verlustfreie Datenübertragung gewährleisten. Er arbeitet mit Plug-and-Play-Technologie, sodass keine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist. Sie ermöglicht das reibungslose Streaming aller Arten von Multimedia-Inhalten. Er bietet Gigabit-Leistung und ist damit bis zu 10 Mal schneller als fast Ethernet. Darüber hinaus verfügt er über ein kompaktes und robustes Metallgehäuse, das für eine längere Lebensdauer des Geräts sorgt. Dieses Gerät hat keinen Lüfter und ist daher völlig geräuschlos. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nr. 1 Dies ist ein unverwalteter Ethernet-Switch, der die Anforderungen an eine stabile und robuste Netzwerkinfrastruktur erfüllt. Es handelt sich um ein sehr hochwertiges Modell, das so konzipiert ist, dass es im Betrieb völlig geräuschlos ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es keine Art von Ventilator enthält. Er ist sehr energieeffizient, was Ihnen große Einsparungen ermöglicht. Er arbeitet mit Plug-and-Play-Technologie, D.H. Sie können ihn einfach anschließen, ohne ihn konfigurieren zu müssen. Er verfügt über eine LED an jedem Port, die Ihnen anzeigt, ob er funktioniert, und bietet eine Kapazität von 8 Ports, die mit demselben Netzwerk verbunden sind. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Das ist ein sehr hochwertiges Modell in der Videobeschreibung.